Ich spreche über e von x und lnx, Definitionsmenge, Wertemenge, paar besondere Punkte, Funktionen, Umkehrfunktionen und beginne aber, weil es ein bisschen anschaulicher ist, mit 2 hoch x und Logarithmus zur Basis 2 von x, weil da gibt es so schöne Punkte wie den hier, 2, 4, 2 Quadrat ist 4 und entsprechend hier 4, 2, also Logarithmus zur Basis 2 von 4 ist 2 und die sind zueinander quasi symmetrisch bezüglich dieser Achse. Und da wird ja x und y vertauscht und dann kommt der andere Punkt raus, genauso hier, da habe ich den Punkt 1, 2 und da habe ich den Punkt 2, 1 und hier, das ist dann minus 2 und 0,2, ein Viertel und hier entsprechend auch, wenn ich hier so ein Viertel ist hier, dann bin ich hier bei minus 2, ein Viertel minus 2. Na gut, immer so, so, das ist der Zusammenhang. Und die besonderen Punkte bei Funktionen, also e ist ja ungefähr, so, also e ist eine Zahl, ungefähr 2,7, aber so krumm wie Pi. Weniger geht hier weniger durch irgendwelche schönen Koordinatenachsen, aber e hoch 1 ist e, das heißt also, wenn ich hier bei 1 bin, bekomme ich hier genau e raus. Und umgekehrt, wenn ich hier ungefähr 2,7 habe, also e, machen wir e, schöner als 2,7, so. Hier ist das e und dann bekomme ich e, 1 und 1 e als schöne Punkte. Wichtig ist noch 1, 0 und hier 0,1, das ist hier, der Ln hat eine Nullstelle. Exakt eine und nur eine und das ist die Nullstelle. Jetzt spreche ich über Definitions- und Wertemenge von diesen beiden Funktionen. So, das brauchen wir nicht mehr. Bei der e-Funktion ist es so, ich darf alles einsetzen. Und deswegen ist die Definitionsmenge gleich r. Und rauskommen tun aber nur positive Geschichten und keine Null, das heißt die Wertemenge. Und das ist ja schön, schön, schön blau. Wertemenge ist r plus, das ist das gleiche, wie wenn ich sage, die Null darf nicht dabei sein, aber plus plus und endlich. Das ist von meiner Funktion f, ich nenne das jetzt mal die Funktion f. Im Gegensatz dazu f hoch minus 1, meine Umkehrfunktion. Hier ist es jetzt so, da ist es jetzt anders. So, ja, genau. Die Definitionsmenge, die ist jetzt r plus, also ich darf nur positive Zahlen einsetzen, weil ich habe hier y ist der Logarithmus zur Basis e von x, das heißt e hoch y gleich x. Jetzt, wenn das x negativ wäre, e hoch y ist minus 5, da hat man einfach keine Chance. Man findet kein y, sodass da was rauskommt. Und auch wenn ich e hoch y gleich Null mache. Ja, man hat wieder keine Chance. Man findet hier kein y, sodass man Null erreicht. Deswegen nicht erlaubt. Deswegen, also gibt es keine Lösung. Und deswegen das, was ich hier schon hingeschrieben habe, nur r plus rauskommen tun aber alle Zahlen. Von minus bis plus und endlich. Also die Wertemenge, die ist hier immer und die ist, so, ich war rot, genau. Wertemenge ist dann ganz r, ich sage hier f hoch minus 1, f hoch minus 1 und kein Zufall, die vertauschen sich. Bei Funktionen und Umkehrfunktionen vertauschen sich Definitions- und Wertemenge. Und jetzt möchte ich nochmal darüber reden, wo die, nichts da auf freie Hand passt schon, möchte darüber reden, wo die hinlaufen, so Asymptoten und so Zeug. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Ja, und zwar die, die Funktion ist leicht. Also die läuft hier sehr radikal gegen plus und endlich. Und hier geht sie gegen die x-Achse als Asymptote. Und die Ellen hat die y-Achse als Asymptote und läuft hier gegen plus und endlich, aber sehr langsam. Langsamer geht es fast gar nicht. Also ich habe ja hier, das ist ja, wenn ich das vertausche, dann habe ich ja, also y ist lnx, das heißt x gleich e hoch y. Jetzt, wenn ich mal da bei 100 sein möchte, also ich möchte, dass da für y 100 rauskommt, möchte hoch zu 100, dann habe ich ja x gleich e hoch 100. Und die gibt es, die Zahl, die existiert. Also es gibt ein x, sodass dann der Logarithmus von x 100 ist. Aber diese Zahl e hoch 100, die ist riesig. Man kann es in den Taschenrechner eingeben. Ich komme auch irgendwann zu 1000, ich komme auch irgendwann zu einer Million, aber ich muss dann eben e hoch eine Million, 10 hoch 6 in meinen Taschenrechner eingeben. Und wenn es einen Error gibt, dann nur weil der Taschenrechner die Zahlen nicht mehr packt, nicht weil es die Zahlen nicht gibt, sie existieren. Da kann man bis ins Unendliche denken, das ist kein Problem.